hallo zu diesem neuen recht kurzen video ich wollte euch nämlich kurz auf etwas aufmerksam machen und das ist schon eine tolle sache dass man überhaupt diese möglichkeit hat sowas zu machen und darum finde ich auch ist gut wenn man das ganze unterstützt und entsprechend ja dieses video jetzt einfach an dieser stelle naja worum geht es es geht darum dass im homeartic forum es drei verschiedene bereiche gibt drei verschiedene bereiche zu einem thema und zwar zu verbesserungsvorschlägen beziehungsweise wünsche für 2018 warum steht 2018 das ganze gab es auch schon letztes jahr 2017 und auch da sind ganz viele informationen soweit von der community also von euch zusammengetragen worden was überhaupt verbessert werden könnte an den einzelnen geräten warum sage ich an den einzelnen geräten weil es gibt hier drei verschiedene threads wo ihr die möglichkeit habt verbesserungswünsche einzutragen einmal hier für den raspberry matic dann gibt es das ganze hier auch noch mal für homeartic ip und als dritten punkt gibt es das ganze hier auch noch mal für die klassische homeartic das ist ja nicht gesagt also für die ganz normale homeartic die ich jetzt bei mir zu hause auch nutze das heißt mit der ccu 2 ja und diese informationen beziehungsweise diese wünsche könnt ihr hier soweit mit eintragen ich verlinke euch diese threads auch noch mal mit in der artikelbeschreibung das heißt ihr habt da auch noch mal die chance so direkt abzuspringen wo ihr das ganze dann finden könnt was bringt das ganze diese informationen werden zusammengetragen und halt dann auch an eq3 die ja die raspberry matic comatik comatik ip entwickeln soweit weitergegeben so dass man dann auch die möglichkeit hat diese dinge auch genannt dass ja das ist einfach geändert wird passiert überhaupt was ja es passiert sogar was also ich habe hier auch noch mal zwei threads von letztem jahr wo diese wünsche noch mal zusammen getragen worden sind das waren ganz schön viele hier 17 seiten wie ihr sehen könnt und diese informationen sind auch weitergegeben worden an eq3 und es sind auch das ein oder andere natürlich nicht alles aber es wurde auch etwas damit umgesetzt und das finde ich halt toll dass da auch zugehört wird und entsprechend auch was gemacht wird und darum einmal den hinweis hier an dieser stelle auf diese threads im homeartic forum denn so habt ihr auch die chance nicht immer zu meckern sag ich mal sondern auch was zu bewegen und auch etwas zu ändern an der hardware beziehungsweise an der software und dass man die chance hat von der community so was dann weitergeben zu können das schon eine tolle sache und die sollten wir da auch alle unterstützen ja das soll es eigentlich gewesen sein sollte nur ganz kurz video sein für diese informationen dass wir dort auch aktiv werden können und ja an dieser stelle euch einen schönen tag wir sehen uns das nächste mal wieder bis dahin ciao